Hallöchen und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch Shoot the Skies vorstellen. Ihr sehen habt das schon. Ich zock einfach mal eine Runde weiter und jeb mein Bestes. Gucken was wir hier so reißen können. Bis jetzt läuft es eigentlich relativ gut für uns. Können wir uns auf jeden Fall nicht beklagen. Ich hoffe natürlich, dass es weiterhin so gut läuft wie bisher. Von daher müssen wir mal gucken. Aber eigentlich sind wir jetzt gerade voll im Floh. Oha. Haben wir nicht gepackt. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Ja, für Münzen würde ich sagen. Zocken wir einfach mal weiter. Nee. Gut, okay. Trotzdem haben wir gut was geholt. Ist eigentlich relativ gut für uns hier laufen. nach unten. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Haupt da drin. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü